Musik Musik Schaut in die Rundfälle, schaut in die Verzäten, untereinander zeigen. Warum nehmen Sie an dieser Menschenkette teil? Wie kann man an dieser Menschenkette nicht teilnehmen? Will man Atomkraft? Also, ich kann es nicht kurz beantworten. Also es ist einfach ein Fehler, hier nicht zu sein. Ich mag den Wechsel zu einem Atomkraftwerk. Ich mag den Wechsel zu einem Atomkraftwerk. Ich mag den Wechsel zu einem Atomkraftwerk. Klar. So, bitte und folgt dann, wenn das Ganze läuft in dem Atomkraftwerk, bitte hier wohnt. Warum nehmen Sie an dieser Menschenkette teil? Weil ich gegen Atomkraft bin, weil ich die unterstützen möchte, die das organisieren hier. Also ich mag es nicht vorstellen. Es muss Kontrableiben draufsehen. F Dינ goals! Wir brauchen die Landschaft mit einem Atomkraftwerk. Hallo! Ja! Hast du Überzeugung? Ja, ja! Kenn ich den Set am Stadtplan mit mir schon jetzt? Ach so! Ja, ja! Nein! Jetzt geht's weiter! Jetzt sind wir der Kassierer. Wir sind der Kassierer. Also, E.O. Kette Warte. 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 Vielleicht auch noch ein Lachen. Doch! Warte! 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 Weil ich gegen Atomkraft bin und ich finde, wir müssen ganz dringend was dagegen unternehmen, weil sonst wird das die zukünftigen Generationen betreffen. Zurück jetzt! Weil wir der Meinung sind, dass die Atomkaufwerke abgeschaltet werden müssen. Ganz einfach. Danke. Abschalten, 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 abschalten! Weil wir sofort die Abschaltung der Atomkaufwerke sind und weil es verfassungswidrig ist, dass die Verlängerung angeblich genehmigt worden ist. Abschalten, 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 abschalten! 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 Die ersten Zahlen an Berlin führt, aber es gibt auch an vielen anderen Orten ziemlich große Ketten, also Freiburg. 100 Leute, das macht Mut für die große Kette. In Wopswede, das ist ein künstlerisch bekannter Vorort von Bremen, sind es 137 gewesen. Im Moment ist der Zähler bei 5000 und wir werden minütlich kommen, weitere SMS von den verschiedenen Orten. Wir sind gespannt, was am Ende rauskommt. Auf jeden Fall, heute waren wieder viele tausend auf der Straße. Und am 12. März lasst es uns Zehntausende werden! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020